Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 von mir, wie immer, DJ Battleback, das ist Part 21. Wir sprechen jetzt mit dir einmal, dem, ähm, Arena-Vogel hier, den wir besiegt haben. Und, ähm, der hat eine Quest für uns, nämlich. Und zwar wollen wir seine Ehre wieder aufpolieren. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich ein abtrünniger Söack einer Namen... Lass uns. Du hast... So, das ist unwichtig. Also, wir mischen ihn jetzt nur auf und gehen in den Killen, da wer nicht. Wir folgen ihm einfach und dann passt das schon. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter von ihm weg, weil sonst, ich rieche mich dieser komische Oktar hinten an. Mit dem da hinten reden wir auch gleich noch, aber jetzt nicht. Mit dem da. Ja gut, ich habe auch meinen Finger drauf gezeigt, was könnt ihr schlecht sehen. Also, hier in Geldern ist es immer am schwierigsten, eigentlich an diese passenden Punkte zu kommen. Ja, das ist relativ schwer. Und was geht? Geh weiter. Lauf du, Leute. Und komm den. Und komm den Sau. Nein. Weg dich. Weg dich. Was will ich jetzt hin? Boah, ich hasse das, wenn die da irgendwie stehen bleiben, dass die dann mal so lange zurücklaufen. Das riecht mich voll auf. Ich finde das voll kacke, dass ich nur 15 Minuten aufnehmen kann. Ich will auch länger aufnehmen können. Wenn du nun... Kackoblin. Penner. Da oben ist die Sau. Hm, hm, hm. Hau dir Brett vom Kopf. Noch so ein halbstarker. So ein blöder... Aber auf jeden Fall. Sag ich auch ganz oft. Hurra, Chaka. Da oben ist... Boah, ja, schön, dass ich da fest denke. Wie du fällst runter. Dann töt' ich nicht. Du Penner, wieso hast du getötet? Was für ein Theater. Nr. 2. Gut. Holschel. Ich nehme dich wieder als mit, ist logisch. Du bist kein Gegner für mich. Woher redest du? Oh, noch mehr Gegner. Meine. Geh weg. Oh, scheiß... Scheißabstauber, Alter. Wie mich das aufregt. So ein Kackabstauber. Das sind alles... Ach, hier oben. Ich wollte ihn töten. Wer tötet ihn? Der komische Spasti. Natürlich haben die wieder diese komische... Ach, siehst du, kurz am Abgrund, ey. Der andere ist weg. Der Scherebandi ist weg. Finde ich jetzt so ein bisschen behindert. Das ist even. Der Scherebandi... Ach, da ist er doch. Schweigen, der ist doch nicht weg. Wir machen einfach mal... Tschüss. Wir machen jetzt noch eine Quest. Fertig. Und zwar müssen wir in den Höhleneingang selber. Und das ist noch so ein komischer... Oh, also ein Ork, sag ich schon. Ein... Ach, das... Sie werden jetzt das sehen. Das ist so... Hä, das ist so... Für den Arsch ist das. Jetzt habe ich so ein Krippelauf, ey. Ich habe momentan... Ach, ja, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe meinen... Bogen, sag ich schon. Das sind noch mehr von den Viechern. Ich habe einen neuen... Eine neue Armbrust. Oh, den kämpfe ich mir vor, wenn ich hier fertig bin. Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu dunkel. Weil ich brauche diese beiden Schilder für die ganzen Minecraft, die jetzt hier kommen. Erstmal kurz speichern. Das sind nämlich nicht gerade wenige. Ja, mich regt das immer noch von, dass ich nur 15 Minuten aufnehmen kann. Ach so. Bevor ich jetzt anfange, obwohl ich fange... Ach, ist egal. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar schreibt mir mal Kommentare. Ob ich das Metzeln... Also diese ganzen Städte hier befreien soll. Mit euch. Oder Offscreen machen soll. Genauso wie das mit Vanguard. Seht ihr? Die macht gut Schaden. Komisch, dass die blöde Sau mich nicht trifft, ne? Oh. Komisch, dass ich die blöde Sau nicht treffe. Geht doch. So in die Säcke. Lass dich weiter drinne. Wie? Ich kann jetzt ausnehmen? Geht doch vorher nie. Wo ist denn... Falsche Richtung. Ich muss jetzt leider eine Fackel nehmen. Ich sehe nämlich nichts. Ich sehe die blöde. Ich muss jetzt aber... Ich muss... ...büys... Jetzt... Ich muss mir... Ich muss mir... und hier kommst du jetzt noch mal diesen goldbrocken rand davor war nämlich mal bretter ein bisschen runtergerutscht und dann kam es ja nicht ran aufgeregt da ich hab die blöden säcke schon gehört ganz ehrlich diese säcke zu töten da habe ich schon jetzt keine lust mehr drauf das ist so viel Wird, wenn ich so an der Wand hänge, ne? Hinten kommt noch einer! Du Hurensohn! Schlecht dich doch nicht von hinten an mich ran! Drecksau! Oh! Schlecht dich, Sau! Sieht von hinten an mich ran! Vor allem bei diesen Fackeln, da siehst du ja auch nichts drin, ey. Das geht ja gar nicht. Also, ganz echt, das geht ja mal gar nicht. Das hätten die unbedingt mal ändern müssen. Das ist ja echt für den Arsch. Die Fackeln bringen ja noch weniger als vorher. Das finde ich natürlich jetzt für den Arsch. Regt mich natürlich jetzt so ein bisschen wieder auf, ey. Da nehmen wir noch. Da haben wir noch welche. Aber hier verbrauchen sich die Fackeln mal beim sonst unaufgepatchen. Da hast du die Fackeln jahrelang gehabt. Da hättest du mit einer die ganze Zeit das ganze Spiel durchmachen können. Das ist ja, das fand ich mal total unlogisch. Das ist immer so, hä? Fackeln gehen doch auch mal aus. Wieso gehen die hier nicht aus? Naja, bleiben soll dann. Ich überlege gerade, ob ich mich jetzt um den... unserem Kumpel kümmern soll. Was, da lag was? Da lag was. Da dritte Steintafel hatte ich dort lag auch. Also, ich sag mal, die Fackeln sind jetzt echt cool. Ich hab schon leck'n Waffenbündel. Ich versuch's. Ich hab schon leck'n Waffenbündel. Ich versuch's. Oh, na toll. Ach, mach eigentlich ganz gut schauen bei ihm. Aber das glaub' ich vorher war ein Critical. Hab' ihn umgehauen. Kann ich den ausnehmen, schade. Teleportieren. Also, erstmal zurecht ich nämlich die Tafel da. Das ist noch Geld an. Kommt. So. Mal speichern. Jetzt kann ich mich nur zusammen, weil das Quest auch schon beendet. Wuh? Achso. Ich lege mich wegen euch nochmal hin, Leute. Wagen in dem Dunklen geht's mich grad selber auch auf'n Sack. Ah! Schön. Nö, endlich, hell. Na gut, es geht. Du bist hell. Was? Man sagt, die Dinger sind mehr als... Du. Aber... Dafür kriegst du tausend Gold, wenn du ihm Laris vorstellst. Das ist einer der besten Quests hier. Jetzt überlege ich, Schutz oder Lebensenergie? Ach, ich bleibe lieber mal so. Die Milch benutze ich eh nie. So, jetzt kriege ich mal mit Laris. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen Geld. Ja, wo haben wir jetzt Laris? Laris. Na endlich, bewegst du auf. Der sieht ja mal lustig aus. Hier steckst du also, Laris. Boah, da ist ein Schwerk. Tja, mein Dieb kann seine alten Gewohnheiten... Ich hab einen Job von... Die will er haben. Der Artefakt... Ich hab schon von Jared gehört. Ich denke, ich... Macht er. Wie? Wir sollen Goldteller klauen. Das machen wir natürlich auch. Wer ist dieser Händler? Du bist... Ich. Wie? Ich. Ach, da ist er. Der Große. Ja. Danke, Mann. Tausend Gold. Zeig mir da. Der hat nichts mehr. Oh, schaust. Speichern. Oh, da vorne sind wieder... NPC-Gegner. Die hier unsere Leute angreifen. Und das finde ich jetzt für den Arsch. Ihr Säcke. Ich bin doch undercover hier. Nein, Spaß. Ihr Wichser. Du kannst doch eh nichts. Noch einer. Ich suche hier so'n Helm. Ich hab's irgendwo einen bestimmten Helm. Der war hier drin. Und zwar dieser komische Helm. Diesen Paladin. Sag mir jetzt nicht. Der ist nach der gepatchten Version... Ich mich... Ich wette es in der Truhe. Ich wette es mit dir. Ich weiß das nicht. Aha. Ich muss das nachher mal... Wenn es dunkel ist, mal gucken. Achso. Ähm. Ja. Ich müsste mal den Part mal aufhören. Und zwar... Ich mach den nächsten gleich weiter. So Part 22. Bis dann. Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen.